Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freizeitstrategien da draußen hier zurück zu Galactic Paragons für Stellaris. Wir haben immer noch den wildesten Start, den ich jemals gesehen habe. Und ich versuche natürlich weiterhin jetzt hier diese anderen beiden Alienrassen in ihre Grenzen zu verweisen. Beziehungsweise meine Grenzen dorthin zu setzen, wo ihre Grenzen waren. Was aber schlicht und ergreifend einfach der absurden Situation geschuldet ist. Was hier das Spiel eigentlich aus uns hier gemacht hat. Ich bin selber immer noch total überrascht, was wir hier erleben müssen. So, wir werden jetzt weiterhin hier diese Gebiete erobern. Dafür sorgen, dass sie von uns jetzt hier eine ordentliche Packung kassieren. Ich möchte noch mehr Energy Credits jetzt hier produzieren. Und du kannst jetzt hier schon mal rüberkommen, weil ich glaube, dein Typus wird jetzt hier gleich bei diesem Planeten hier gebraucht werden, der hier besetzt wurde. Bei dem glaube ich nämlich nicht so recht, dass der schon dazu in der Lage war, eine entsprechende Verteidigung aufzubauen. So, du fliegst jetzt hier wieder dahin. Alles so nach und nach zu seiner Zeit. Dann haben wir hier Armeen, 88, das passt. So, dann bombardieren wir nämlich jetzt hier so langsam aber sicher die alle in Grund und Boden. Und sorgen jetzt erstmal dafür, dass unsere Verteidigungs- und unsere Sternenbasen ein bisschen stabiler sind an der Stelle. Falls sie uns irgendwie überrennen sollten. Das wäre jetzt natürlich nicht unser Wunsch, dass das passiert. So, mein lieber, lieber General. Du musst jetzt hier direkt eine Armee landen. Und wir, wie gesagt, werden jetzt hier die Gebiete von denen jetzt hier uns gerade mal unter den Nagel reißen. Und dann wieder da hingehen. Oh, warte mal, das haben wir ja gar nicht. Das haben die zurückerobert. Oh man, das darf doch nicht wahr sein. Ja, die haben das erfolgreich zurückerobert. Super. So, wir haben jetzt immerhin hier schon mal ein paar Technologien jetzt hier bekommen. Gut. Ihre Armadas sind auf jeden Fall geschlagen, wie wir es hier gerade eben sehen können. Was ich ganz gut finde. Also jedes Mal, wenn halt einfach so ein blödes Forschungsschiff von denen da wo reinfliegt, gelten irgendwie diese, gilt das wohl irgendwie so als eine Art Angriff. Wie man hier sehen kann. So, also ich muss jetzt einfach erstmal alles besetzen, was wir haben. So. Ich will natürlich noch mehr Ansprüche durchsetzen. Das wird bloß schweineteuer an einigen Punkten. Ich werde sie nicht alle schlagen können. Aber wenn ich die Hauptwelten von ihnen nehme, sind sie so down, dass sie nicht mehr auf die Beine kommen. Und das ist das, was wir erreichen müssen. Hier ist nur noch ein Job frei an der Stelle. Der ist jetzt auch gleich verbraucht. Ich würde aufgrund der Energy Credits Situation ist dafür sorgen, dass wir jetzt hier noch mehr Energy Credits machen. Das hier ist jetzt immer noch die Fabrikwelt. Da sorge ich auch mal dafür, dass hier mehr Jobs am Start sind. Und bei der Agrarwelt sorgen wir da auch mal dafür, dass es hier noch mal ein bisschen weiter nach oben geht. Wir müssen natürlich die Wirtschaft nebenbei im Auge behalten. Ich muss halt verhindern, dass sie irgendwo noch Schiffe produzieren können. Irgendetwas ausbauen können. Das ist für mich das Wichtigste, das zu verhindern. Ich kann die Geschwindigkeit wieder auf 2 hochsetzen, weil jetzt haben wir so ein bisschen die Situation im Griff. Oh, was ist da passiert? Haben die sich losgesagt? Ich habe keine Ahnung. Das ist sehr, sehr wild, was hier gerade eben passiert ist. Das ist äußerst wild. Vielleicht ist das sogar noch eine weitere Spezies. Ich weiß es nicht. Leute, ich weiß es doch auch nicht, was hier los ist. Diesen Clusterfuck, den habe ich doch auch nicht bestellt. Sagen wir es doch, wie es ist. So, noch mehr Spezialprojekte. Spezialprojekte, Spezialprojekte. So, du hast jetzt hier unten Pollux besetzt. Das ist schön. Mir fehlt halt einfach immer noch hier die entsprechende, äh, entsprechende Einfluss, um noch mehr, äh, verlangen zu können. Das ist halt einfach so, und fast war teuer. So, wir haben die Rumpfstarke für die Korbetten verbessert. Und als nächstes würde ich ganz, ganz gerne Roboter-Arbeiter endlich haben, weil ich bin ja schließlich fanatisch-materialistisch, ne? Und für uns macht das absolut Sinn. So, oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Noch mehr Fusionsenergie. Das Gute ist, die haben schon, oh. Und wir haben jetzt hier noch mit den Fax-Klang hier den Kontakt. Ja, ja, seid mal lieber vorsichtig. Ey, ohne Witz, da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer, und der ist im Krieg wiederum mit einer anderen, also mit denen da. Es ist absolut abgedreht, was wir hier erleben müssen. Naja, hier ist der Krieg immerhin schon mal vorbei, Leute. Ist ja der nicht fanatische Säuberer? Das sind Fana... Naja, wo wir schon dabei sind. Äh, ich gucke jetzt hier mal gerade eben, dass ich ein Spionagenetz bei denen aufbauen. Da sind fanatische Säuberer direkt nebenan. Ja, nee, ist klar. Das fehlt ja noch an der Stelle. Das hat noch zu meinem Glück gefehlt. Absolut, Leute. Ähm, du fliegst jetzt da hoch und holst dir all den Kram noch ganz schnell. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein, was wir jetzt hier erleben. Oder, nee, wisst ihr was? Ich fange jetzt hier an, einfach zu bombardieren. Ich fange jetzt hier einfach an zu bombardieren. Ich will diesen Mist jetzt hier beenden und sie einfach übernehmen. So, wir haben uns hier noch die Soldatenjobs jetzt hier geholt. Wir holen uns als nächstes die Hydrokulturfarm. Energy Credits machen wir jetzt auch gleich mehr durch Jobs. Und jetzt kommen Flüchtlinge an. Wow. Jetzt kommen Flüchtlinge an, weil die ja gerade eben die ja auslöschen. Also, ab einem gewissen Punkt ist es einfach nur noch dumm, was gerade eben hier passiert. Ich kann es eigentlich nicht mehr anders beschreiben, außer es ist einfach nur noch dumm. Ähm, so, sehr gut. Ich hätte gerne nun bessere Deflektoren in Anbetracht der Ausgangslage, dass ich jetzt hier auch noch eingesperrt bin durch einen fanatischen Säub... Klar, mach halt überall eine... Dingens jetzt hier hin, ne? Äh, was mache ich eigentlich mit diesen Flüchtlingen? Das sind diese Zummen. Ja. Ähm, cool. Die haben einen Leadership-Bonus und Migration und warum habt ihr eigentlich volle Staatsbürgerschaft? Ach, egal. Dann seid ihr halt volle Staatsbürger. Das ändert bei uns doch... Nee, warte mal, ihr seid nicht volle Staatsbürger. Ihr seid wohnhaft. Das möchte ich gleich mal an dieser Stelle mal definieren. Ihr seid definitiv wohnhaft. Und nichts anderes. So. Das lässt die Elite bei uns doch gar nicht zu. Dass die hier so... Ihr wisst schon, sind. Ähm... Ich mache willkürliche Bombardierungen, ganz im Ernst. Oh. Wir bekämpfen jetzt hier schon wieder irgendetwas. Was kann ich hier eigentlich noch alles... Abscannen, das ist ja der Wahnsinn. So, wir bomben die jetzt hier erstmal ins Nirwana. Ähm, ich möchte auf jeden Fall jetzt hier nochmal weitere Armeen hinzufügen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die wir dringend brauchen können für diese Landung, die da noch so ein bisschen auf uns zukommt. Ähm, du sorgst nochmal dafür, dass es nicht gerade hilfreich, dass wir nochmal einen Sternhafen hier haben. Denn wir brauchen einfach noch mehr Sternenhafen. Diese Sternenbasis hole ich mit hier natürlich auch noch. Also, ganz im Ernst. Ich habe schon in der letzten Folge geglaubt, das ist der wildeste Start, den ich jemals hatte. Nee. Es geht noch dümmer. Es geht einfach noch dümmer. Und das hier ist gerade eben einfach der Beweis dafür. Es ist nicht zu glauben. Absolut nicht zu glauben. Ähm, ja, du kannst jetzt hier nochmal ein bisschen weitermachen mit diesem Spezialprojekt. Wissen Sie, der Witz ist, durch diese Eroberung, die ich hier gerade eben durchführe, rette ich diese Spezies de facto vor dem Aussterben. Wenn ich das selber überlebe. Was ich momentan nicht garantieren kann. Das ist halt der Punkt. Ich kann es einfach nicht garantieren. Das Bombardieren von diesen Dingern dauert halt auch einfach gefühlt ein Jahrhundert. Es dauert halt einfach ewig. Und das ist halt einfach das riesige, riesige Problem. Wir haben hier noch mehr Schiffe, wie ihr sehen könnt. Und irgendwann mal muss ich halt versuchen, diesen Mistit noch zu landen. Ist schon wieder. Ja, cool. Nehme ich auch nochmal mit. Da oben macht er übrigens noch hier sein Ding. Jetzt haben wir leider halt auch schon eine hohe Kriegsmöglichkeit. Das heißt, in 700 Tagen ist der Krieg sowieso vorbei. Ich muss versuchen, ihn irgendwie jetzt noch zu meinen Gunsten zu beenden. So gut es halt möglich ist. So, jetzt haben wir die Roboter-Montage am Start. Aber jetzt brauche ich halt auch wegen diesen blöden Mistviechern die Gauss-Geschütze. Ich komme jetzt nix. Was? Die wollen Frieden? Vergiss es. Vergiss es, mein Freund. Als nächstes würde ich jetzt hier tatsächlich ein Bollwerk an den Start bringen wollen. Genauso auch hier. In Anbetracht der Tatsache, dass wir diesen Typen hier neben uns haben. Ey, ich fühle mich von dem Spiel einfach nur noch verarscht. Ey, ich sag's euch. Das ist doch nicht normal, was hier passiert. So, wie lange haben wir noch Zeit? Noch 500 Tage. Ich weiß gar nicht, ob die Bombardierung das überhaupt so schnell hinbekommt. Ja, doch. Es sind schon 372. Wobei es dauert halt einfach gefühlt ewig. Es dauert einfach gefühlt ewig. Was ist das hier? Der hat halt hier eine 2000er-Armee. Ja, Armada. Ja, nö, ist klar. Verteidigung gegen feindliche Spionage-Einsätze. Ja, machen wir auch nochmal schnell. Ich meine, der Meiner hat auch 2K, aber so wie ich diese Typen da kenne, haben die halt mehrere 2K-Armaras. Das ist doch der Witz an den Dingen. So kenne ich das immer. Wie viele Sternbasen hat er denn? Er sagt ja. Er sagt einfach ja. Okay, ihr werdet euch jetzt hier mal gerade eben zusammenlegen. Und versuchen, diese Landung gleich durchzuführen. Das hat man nämlich hier 332. Er fliegt jetzt schon mal in den Orbit. Und es sieht so aus, als ob wir das demnächst schaffen können. Ich will jetzt aber halt auf jeden Fall den Anspruch auf dieses Gebiet mir noch irgendwie sichern. Was aber noch 69 Punkte kosten wird. 69 Punkte kosten, was ein Problem ist. Habe ich hier eigentlich schon einen Anspruch? Doch Rons, habe ich doch einen. Warum muss ich da nochmal einen setzen? Hat der jemand anderes noch einen Anspruch drauf gesetzt? Ist doch völlig egal. Keine Ahnung. Es ergibt für mich gerade eben keinen Sinn, was hier passiert. So, jetzt haben wir die Hydrokultur-Farm. Aber diese Hydrokultur-Farm helfen mir nicht weiter. Wir brauchen noch mehr Bewohnerwachstum. Oh, Mann. Ähm. So, ich werde es versuchen, hier diese Landung durchzuführen. Sobald wir diese eine Schreckensarmee hier noch geschlagen haben. Und go. Es sind halt einfach unfassbar viele Armeen. Oh, Mann. Wo kommen denn da nochmal Armeen her von denen? Ich fühle mich gerade eben ehrlich gesagt ein bisschen veräppelt. Ich ziehe mich gerade eben nochmal zurück. Ich habe die gerade eben schon mal ein bisschen runterbombardiert dadurch. We will see. Die Anführerpool hat sich nochmal aktualisiert. Meine Landungstruppen hier regenerieren sich gerade eben nochmal. Du gehst jetzt nochmal in den Orbit. Und landest jetzt nochmal. In der Hoffnung, dass es dieses Mal klappt. Jawohl. Jetzt knüppeln wir sie so langsam aber sicher runter. So, und jetzt möchte ich hier gucken, kann ich jetzt endlich... Ich kann es immer noch nicht. Es sind immer noch 37. Es ist doch zum Brechen. Ja, wir werden das leider, leider, leider nicht schaffen. Oh, Mann. Kann ich irgendetwas anderes beanspruchen? Ich kann andere Dinge beanspruchen, die mir nicht weiterhelfen. Ja, der Krieg wird jetzt automatisch enden. Also gut, dann fliegen wir jetzt hier schon mal zurück und lassen uns jetzt hier mal reparieren und auch neu aufbauen. Das Gute ist, wenn der jetzt hier halt einfach dann noch existiert, dann können wir eventuell mit dementsprechend als Puffer hier arbeiten. Ja, in 13 Tagen ist der Krieg jetzt hier vorbei. Okay. Aber immerhin haben wir es geschafft, den Teil da unten zu erobern. Okay, der Krieg endet nicht. Frieden erzwingen möglich. Frieden erzwingen möglich. Ach so. Ja, dann ist ja witzig. Also noch, noch erzwingen sie den Frieden nicht. Dann würde ich jetzt tatsächlich darauf warten, ob ich das jetzt hier noch nehmen kann. Dann existieren die hier noch. Dann habe ich die Grenze hier. Aber damit könnte ich leben. Also ich könnte damit leben. So, ich muss jetzt ja auch gleich noch meine Flotte verbessern. So, zack, Anspruch gesetzt und ich beende das Ganze. Nicht kapitulieren. Ach nee, Kriegsziele durchsetzen kann ich nicht. Ihr wollt mich doch trollen, ey. Ich kann aber den Status Quo verhandeln und damit jetzt hier alles mir holen. Ja. So. Für den Anfang soll das jetzt hier erstmal reichen. Okay. Das hat das Ende für diese eine Fraktion jetzt hier bedeutet, das hier kann ich mir jetzt hier alles auch noch so nach und nach holen. Dich schicke ich jetzt hier wieder auf diese Patrouille an der Stelle hier. Und hier möchte ich definitiv Verteidigungssysteme drin sehen. Aber sowas von Freunde. Ich möchte hier Verteidigungssysteme drin sehen. Hier möchte ich ähm Ankerplätze drin sehen. So, und die hier werde ich vielleicht nachher noch fragen, ob ich sie vielleicht zu einem Basalen machen kann. So. Ähm Wir kommen nicht umhin hier unsere Waffensysteme weiter auszubauen. So. Ich möchte hier diese aride Welt jetzt hier besetzen, kolonisieren. Wir haben jetzt hier tatsächlich mehrere Pops jetzt hier schon am Start. Ich möchte natürlich dass meine eigenen hier drauf landen. Den Rest können wir dann immer noch darüber schieben. Äh, hier werden wir auch kolonisieren mit unseren eigenen Pops. Alles zu seiner Zeit hier. Ähm, Fraktion gegründet. Das ist schön. Ich könnte jetzt eigentlich eine Technologie brauchen, dass ich meine Flottille jetzt hier nochmal ein bisschen weiter verbessern kann. Moment. Ähm, ich breche das hier gerade eben mal nochmal ab. Ich lasse das jetzt hier gerade eben mal nochmal. So, die Gauss-Geschütze sind nun da. Äh, wir holen jetzt hier die Keramik- Stahlpanzerung, damit wir in einem potenziellen Krieg jetzt hier gegen die Bessels eine Chance haben. Wir sind mit denen ebenbürtig. Okay. Ebenbürtig ist mittelgeil. So, wir verbessern unsere Schiffe an dieser Stelle nochmal. Halt. Ach ja, da war ja was. Okay. Wir fliegen jetzt hier runter und werden sie da verbessern. Äh, die Planeten, die wir jetzt übrigens haben, ähm, ja, ja, da wurden natürlich jetzt ein bisschen bombardiert und so weiter. Wir brauchen jetzt hier ganz dringend eine Polizei. Anders geht das nicht. Denn ihr seht, ne, wir haben einfach eine ganz, ganz krasse Kriminalität, die alleine durch unsere Pops hier heraus resultiert. Wir bauen das dann noch rein und bauen dann nochmal eine Polizeiwache. Und dann haben wir nochmal einen Grenzsektor-Planeten bekommen, der einen eigenen Sektor jetzt hier bekommt. Ähm, 1, 2, 3, 4. Ja, der muss ein eigener Sektor sein, leider. Geht nicht anders. Eiei, die haben die Militärakademie hier schon. Ähm, das mag bescheuert klingen. Ähm, Gott, wie viele Jobs habt ihr denn hier frei? Das ist ja total behämmert hier. Okay, das hier kann ich mal abreißen. Äh, das hier kann ich abreißen. Das frisst mir einfach mal gerade eben so die Haare vom Kopf, ne, also sind wir mal ehrlich. Ähm, das hier reißen wir noch ab. Und das hier reißen wir noch ab. Einfach um ein bisschen Geld zu sparen. So, dann haben wir eine andere Situation. Genau die hier ist komplett anders. Hier arbeiten die Leute wie sie sollen. Das finde ich in Ordnung. Und wir machen daraus jetzt hier eine Werkbau-Welt an der Stelle. Ähm, wisst ihr was? Das mit dem Wohnhaft ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Die können meinetwegen jetzt alle wunderbar Teil meines Reiches sein. Das spielt für mich jetzt am Ende dann doch gar keine Rolle mehr. Hauptsache, die machen ihre blöden Jobs. So. Ähm, es geht weiter. Verteidigungsarmeen produzieren jetzt auch noch mehr Einigkeit. Also, ich bin immer noch am Staunen, was hier von Bullshit passiert ist. Ich bin einfach immer noch nur am Staunen. So, wir gehen jetzt hier auf die 40. nee, es können sogar schon 50 rein. Das finde ich großartig. Das werde ich auch machen. Das werde ich auch brauchen gegen diese Typen hier. Das Gute ist, dass ich das hier einfach so direkt überrollen kann. Wir sind komplett ebenbürtig, was uns angeht. Dinge, die mir nicht gefallen im Zusammenhang mit solchen Viechern. Ebenbürtigkeit. Wir haben jetzt noch mehr Bewohnerwachstum. Nice. Dann will ich noch mehr Nahrung. Und hier will ich mal dafür sorgen, dass ich jetzt hier mal Verteidigungsplattformen erstelle. Weil irgendwo muss ich ja mit der Verteidigung durch, ne? Beziehungsweise muss ich mich ja verteidigen und irgendwo muss ich ja angreifen, möchte ich sagen. Und ich fange jetzt einfach schon mal damit an, mich zu verteidigen, weil dort oben sind wir halt schon in einer sehr, sehr gefährlichen Ausgangslage. Neuer Kontakt. Ein Schwarmbewusstsein. Wir verabscheuen eure frivolen Sitten. Nein. Zu denen bin ich jetzt mal freundlich. Die scheinen nicht so das Problem zu sein. Will ich vielleicht, ich glaube, ich möchte versuchen, die Beziehungen zu denen zu verbessern. Vielleicht kann ich gemeinsam mit denen, die hier fertig machen. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch. So, ihr seid vorsichtig. Ich etabliere jetzt mal hier die Botschaft und habe vor, euch eventuell zu einem Basal zu machen. Anfrage auf Unterwerfung. Ja, warum nicht? Die sind mein Basal in dem Moment geworden. Witzig. Wo ich gerade eben dafür sorgen wollte. Und jetzt geht es endlich weiter hier. More Power. König der Könige. Einiger More Power ist auf allen Bildschirmen des Reiches erschienen. Unsere Bevölkerung wartet darauf, dass die Ansprache beginnt. Geschätzte Edgy. Edgy Bürger. Okay. Und Bürgerinnen. Heute ist ein bedeutsamer Tag. Gagas Regime hat unsere Überlegenheit anerkannt und sich unserer Herrschaft und Führung unterworfen. Ihre Weisheit und ihr Vertrauen werden gebührend belohnt werden. Und wir hoffen, dass auch andere Reiche die richtige Entscheidung treffen und sich uns unterwerfen werden. Ich kann heute mit Stolz sagen, dass es kein größeres Volk als uns gibt. So, das ist wohl jetzt ein Event, das daraus resultiert, dass wir die jetzt hier gerade im Unterworfen haben. Immerhin, immerhin. So. Der ist jetzt hier momentan mir noch illoyal. Ich guck mal, ob ich da eventuell etwas auf ihrem Heimatplaneten machen kann. Hilfsorganisation, Loyalitätsänderung monatlich. Ich glaube, ich gehe auf die Hilfs... äh, Dingens da. Ja, also Lehnsherrgarantation bringt mir momentan nichts. Ich gehe auf die Hilfsorganisation. Dann wird das hoffentlich dazu führen, dass die mittelfristig uns anerkennen. Genau, der macht das ja auch eine entsprechende Botschaft bei uns rein. Das finde ich sehr, sehr gut. Und jetzt können wir hier endlich die Schiffe auf den neuesten technischen Stand bringen. Du baust hier immer noch die Verteidigungsanlagen rein. Das ist gut. Jetzt sind wir schon bei 4,4k. Ich feiere das. Hauptsache, da ist was drin. Ab einem gewissen Punkt ist es halt einfach alles nur noch Banane, was wir jetzt hier erleben. So, wir wollen Schaden durch die Orbitalbombardierung reduzieren bei uns. Und Einflusskostenfeindliche Ansprüche erhöhen. So, du gehst jetzt hier rüber und wirst jetzt hier die Sternenbasen für mich bauen. Und du machst das übrigens auch, sobald du halt kannst. Wir haben jetzt hier die Metallplastik... Oh, Panzerung. Jetzt kommt hier noch die Sternenfeste. Die brauchen wir auch, um hier gewinnen zu können. Hier sind wir bei 43%. Es dauert ganz schön lange, die jetzt hier gerade eben alle abzubraden. Aber wir... Ich habe selten so früh so eine große Flotte gehabt. Ich hatte selten so früh das Bedürfnis eine so große Flotte zu haben. Das ist eine ziemlich absurde Ausgangslage, die wir hier gerade eben erleben dürfen. Wir brauchen jetzt hier auch übrigens schon eine Polizeiwache an der Stelle. Hier ist auch, so wie es aussieht, schon Arbeitslosigkeit am Start. Ich würde deswegen jetzt hier nochmal einen weiteren Wohndistrikt hier setzen. Und wir sehen, dass wir so langsam aber sicher Schwierigkeiten mit den Energy Credits bekommen. Oh, Mama Mia. Dinge, die mir nicht gefallen wollen. Diesel. Wir werden hier mal gerade eben den hier ersetzen durch einen Generator Distrikt. Das hier sind einfach zwei, drei sehr viele Probleme. So, wir sorgen jetzt dafür, dass die Rumpsteuerung für die Sternbasen verbessert werden und die Verbesserungskosten und die Kriegsmöglichkeit und so weiter. Als nächstes setzen wir uns mal ran. Wir bräuchten noch nicht mehr Ressourcen an der Stelle. Ressourcen, Produktion, Arbeiter. Ja, wir gehen jetzt mal auf die Ressourcen, Produktion, Arbeiter und starten jetzt das Ding. Kann ich in der Zwischenzeit Ne, ich kann ja leider gerade gar nichts machen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich bin schon auf der militärischen Wirtschaft. Was ich machen könnte ist ein paar von den Konsumgütern verkaufen, um das hier auszugleichen. Damit ich nicht so schnell blank gehe und unser Problem hier so ein bisschen in den Kopf bekomme. So, was sagt eigentlich jetzt hier mein Schiffsdesigner? Da sind schon bessere Waffensysteme. Warum habe ich denn noch keinen Laser drin? Das ist doch total behämmert. So. Wessels upgraded. So, speichern. Jetzt kann ich die Schiffe gleich wieder upgrade. Soll. Aber das geht dieses Mal ein bisschen schneller. Okay, die mache ich jetzt mit mir einen Handelspakt. Das ist toll und ein Wissenschaftspakt. Das können wir ausmachen. Und wir kolonisieren schon den nächsten Planeten. Migrationspakt. Ja, komm, mach. Den können wir auch noch machen mit meinem Basalen. Also der spielt jetzt an der Stelle dann doch auch keine großartige Rolle mehr. So, jetzt machen wir ähnlich wieder plus. Das war close. Ich sag's euch. Hier fehlen uns übrigens immer noch Wohnräume. Das möchte ich auch ändern. Das hat auch nichts mit Bombardierung zu tun, sondern die haben einfach zu wenig Wohnräume. Ich glaube, ich werde gleich mal auf unsere Heimatwelt mal eine Wirtschaftszone machen. So, wir schließen jetzt hier ab bei Verteidigungskriegen. Ich gehe davon aus, dass sie uns irgendwann angreifen, haben jetzt eine verbesserte Vollgeschwindigkeit. So, wie gesagt, das ist jetzt alles nicht so, wie es geplant war, aber man ist in einem Sandbox-Spiel mal was sinnvoll geplant. Ich will euch gerade noch mal zeigen, das wollte ich eigentlich euch schon früher zeigen, aber dann muss ich meine Pläne ja ändern. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, wie ihr gleich sehen werdet, hier beim Transzendenten Lernen hier noch mehr Anführer-Limit zu generieren, wenn ihr das nehmt, um auch gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Anführer schneller leveln. Ihr seht jetzt hier, wir können hier mehr Gesandte machen, unsere Untertanen erleiden keine Loyalitäts-Mali, wenn ich mehrere Untertanen habe, das werde ich vielleicht später noch machen. Wir gehen jetzt erstmal auf das Transzendente Lernen, einfach weil wir hier hart auf Anführer setzen und später noch mehr Anführer haben werden, wenn es nach mir geht, die hoffentlich dann auch noch mal ein bisschen besser sind. So, die Schiffe sind nun abgegradet und ich kann jetzt hier meine Schiffe auf eine neue Zahl hochbringen. So, einen neuen Anführer-Level ab, Junak Wuhn, unser Forschungsleiter hat wieder einen Level ab und ist jetzt da endlich eine Veteranenstufe sich auszusuchen, weil er Level 4 geworden ist. Bei dieser Veteranenstufe hat es die Wahl, entweder ein Erkunder zu werden, was bei uns jetzt schon ziemlich hinfällig geworden ist, sind wir mal ehrlich, wir erkunden hier nichts mehr, sorgt dafür, dass er selber Erfahrungszuwachs bekommt und Erkundungsgeschwindigkeit für, und auch Forschungsgeschwindigkeit von Anomalien und noch mehr Einigkeit. Oder wir nehmen den Analytiker, dann kann er die Forschung besser unterstützen. Das wäre halt, wenn er in einem Raumschiff wäre, könnte er die Forschung noch besser unterstützen. In seinem Fall ist es wahrscheinlich besser, wenn ich ihm einfach jetzt hier den Forscher gebe, weil er halt auch der Hauptforscher ist, macht er nochmal ein bisschen mehr Forschung jetzt hier auf der globalen Ebene. Ne, also auf dieser hier, Freunde. So, meine Flotte wird noch weiter ausgebaut. Ich muss gucken, dass ich bei ihm jetzt hier nicht hinten runterfalle. Wie sieht es mit dir aus? Deine Flotte ist erbärmlich. Ähm, ich würde halt ganz, ganz gerne einen Verteidigungspakt mit ihm oder einen Defensivpakt schließen. Da fehlt aber leider noch ein bisschen was. Äh, ich gehe jetzt mal mit ihm auf einen Nichtangriffspakt, auch wenn es für mich sehr, sehr teuer ist. Vielleicht verbessert sich dadurch hier die Akzeptanz. Das könnte weiterhelfen. So, das hat er jetzt hier zugestimmt. Und wie gesagt, meine Flottille wird jetzt hier weiter ausgebaut. Ich bin immer noch total baff über diesen Unsinn, der mir hier passiert ist. Ich komme da gerade echt nicht drauf klar, Leute. Das ist einfach nur fragwürdig. So, Moment. Aber was ich noch machen kann, ist dafür zu sorgen, dass ich jetzt hier noch mehr Nahrung hier bekomme. Das heißt, ich kann woanders dafür sorgen, dass ich die Jobs vielleicht dann doch eher in Energy Credits ummünze. Äh, ich werde deswegen jetzt hier das ganze Ding jetzt hier dann doch mal nochmal zu einer Generatorwelt machen. Auch wenn es eine schlechte Generatorwelt ist. Ähm. Moment. ersetzen. Genau, Generator, Generatorwelt. Dann machen wir nämlich jetzt Nahrung aus dem All. So einfach ist das. Auch hier machen wir Nahrung aus dem All. So, ein weiterer Anführer hat ein Level ab. Unsere Hauptaufseherin hat nun auch Level 4. Das ist die, wie gesagt, mit noch mehr Erfahrung für Anführer und mehr Handelswert. die kann jetzt entweder als Gouverneur ein Pionier werden mit Erfahrungszuwachs für Anführer, wie immer Wachstumsgeschwindigkeit Bewohner oder ein Industrieller. Und dann bekommen wir noch mehr Ressourcen aus Jobs, was ich gerade eben sehr, sehr reizvoll finde. Oder Visionär, Unterhalt für Bewohner wird reduziert. Ne, ganz im Ernst, äh, ich gehe hier auf den Industriellen. Wir brauchen mehr Ressourcen. Wir brauchen pauschal mehr Ressourcen. Einfach mehr von allem. Das ist einfach die Situation. Wir brauchen mehr von allem. So. Hier haben wir auch schon wieder keine Jobs mehr frei. Ähm, wir brauchen aber noch mehr Wohnraum. Machen wir mal das hier als erstes. Meine Fresse. So. Jetzt haben wir schon bei 42 Schiffen. Es wird nicht reichen, wenn wir die angreifen. Also eigentlich müsste ich dafür sorgen, dass wir einfach gemeinsam sie angreifen. Dass er kein Defensivabkommen macht, ist am Ende halt für ihn unter Umständen einfach nur fatal. Konstruktion complete. Energy credits. Einfach keine vorhanden. Technologie secured. So, noch mehr Nahrung. Ähm. Dann nehme ich jetzt hier diesen Forschungsbonus. So. Die Planeten werden jetzt hier alle von uns hier besiedelt. Eins, zwei, drei, vier. Oh, der ist alles noch im ersten Sektor. Krass. Also wir haben dadurch jetzt schon einen relativ guten Start, in Anführungszeichen. Wir können nur hoffen, dass dieser Start weiterhin so laufen wird. So. Ähm. Ich werde es im Unterhalt für die Wissenschaftler senken. Dann spare ich nochmal ein bisschen Konsumgüter. Oh. Und da ist jetzt schon ein wichtiger Krieg passiert. Ein wichtiger Krieg, den wir aus meiner Sicht definitiv ausnutzen sollten. Aber nicht mehr in dieser Folge, meine lieben Freunde. Ihr seht auch, ne? Beim Einheitsversprechen sind wir jetzt hier schon weiter. Wir werden es vielleicht beim nächsten Mal erreichen. Ich gucke jetzt hier, dass ich die Flottille jetzt hier voll bekomme. Oh Gott, die Energy Credits. Ähm. Ich verkaufe nochmal ein bisschen mehr an dieser Stelle jetzt hier. Und ich werde jetzt auch mal ein bisschen Nahrung verkaufen. Einfach, weil es nicht anders geht. Es geht nicht anders. Jetzt sieh zu, dass du wieder uns Plus drehst. Meine Fresse. Das wäre jetzt hier noch schöner gewesen. Jetzt im Krieg quasi dann gleich ohne Energy Credits dazustehen. Darauf hätte ich ja jetzt echt Bock gehabt. Ich sag's euch. Also, meine lieben Freunde. Heimtückische Verschwörung aufgedeckt. Das kann mir relativ egal sein. Es fehlt mir halt hier 0, irgendwas. Okay, Legierungen. Das finde ich spannend. Ähm. Egal. Wir werden also, wie gesagt, jetzt gleich in der nächsten Folge den Initiativen den Krieg erklären. Das ist die Chance, die hier zu besiegen, bevor sie, die sie hier besiegen. Ähm. Aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, wie wir hier mittelfristig überhaupt überleben können. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020